Ich bin ja nicht in so einem was zu halten geschickt, aber dauernd hatte das die Folge, dass der Kopfnuss und Ruhm zu hoch wird, dass die Unterrichtung von den irgendwelchen Probleme, da kommt das gar nicht in Frage. Heute gibt es die Frage, geht das nicht, aber bevor ich mich an die Straße kann, heißt erst mal Training auf dem Geländer. Ich bin an der Straße und jagt nun auf. Ich weiß nicht, es ist unmöglich. Ich habe auch immerhin, wenn jemand dabei ist, ist das ja auch nicht gesagt. Und die Trainerin Nadja Schnellwacher, eine Mitarbeiterin von Martin, soll übernene Training unterstützen. Hallo, herzlich willkommen. Das Ganze war in der Lappen, die Lange war. Die Lange, die Lange mit dem heißen Haar.